Herzlich Willkommen zurück bei WeDZocked Far Cry Primal. So, ich habe jetzt mittlerweile die ersten Spezialisten ins Dorf geholt. Hab deren Hütten aufgebaut und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Oh, das Dorf wächst, wie ihr sehen könnt. So, geht los, die Band wächst auch. Sehr schön. Also von der Atmosphäre her ist dieses Game einfach echt gut gemacht. Die Natur wirkt wirklich authentisch. So, hier haben wir unseren Jäger, der auch noch eine Mission für uns hat. Ja, wie ihr sehen könnt, das Dorf wächst und wächst und wächst. Hier ist unser Kriegsmeister. Der bildet unsere Krieger aus. Hier nochmal zum Gucken. Karosch-Hütte. Joa. Bevölkerung haben wir mittlerweile 55. Ups, jetzt brenne ich. Ja, es wächst und wächst und wächst. Sehr schön. So, soviel zu unserem kleinen Dorf. Da hinten ist auch noch unser Zauberer. Beziehungsweise Heiler. Den zeige ich euch auch nochmal ganz kurz. So, dann gehen wir hier nochmal lang. Der ist ein bisschen abseits. Ist so ein Eigenbrödler. Du musst erstmal eine Brücke überqueren, damit du überhaupt zu den Typen hinkommst. Der braucht auch absolute Ruhe, der Junge. So, dann gucken wir da mal rein. Bei unserem Drogendealer. Und dann schauen wir mal. Ich bin ja mag. Das ist ein bisschen abband. Ich bin ja nicht. Also, ich bin ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Absolut hart. Ababam herz sich irgendwie doch... Okay. Also, Schäffe hat uns eine Aufgabe gegeben. Und zwar keine Ahnung, wo die jetzt sein soll. Da hinten. Na, guck mal. Achso, die nächste Aufgabe. Okay, gucken wir uns das mal an. Okay, guck mal, guck mal. Ich bin hier von mir oder vom Arm slut. Aber du kannst mir das Schwarz-Bau-Laus. Aber du kannst mir das Schwarz-Bau-Laus. Du kannst mir das Schwarz-Bau-Laus. Wie sieht es aus? Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es aus? Wie kann ich noch schon ein Schwarz-Bau-Laus liegen? Ich finde das so, wie viel du hier einst! Okay, ich soll auf Elchjagd gehen, Mission zur Kartenmenü hinzugefügt, sehr schön, dann gucken wir, wo gibt's denn hier, da scheint, das zu sein, ein Großelchjagen, hier oben ist die Kriegermission, reite ein Mammut, hier unten ist die Schamanenmission, okay.